Danke, dass du dir kurz Zeit nimmst, mir zuzuhören, meiner Geschichte zuzuhören. Ich bin in Frankfurt-Oder geboren, aufgewachsen mit meiner Mutter, meinem Halbbruder und einem Stiefvater. Und obwohl ich einen Bruder habe, bin ich als einzig Kind groß geworden. Und das liegt daran, dass ich im Grunde mit zwölf Jahren ausgezogen bin. Genau in diesem Alter saß ich zum ersten Mal in einer Ausnüchterungszelle in Frankfurt-Oder, schwänzte die Schule, ich wohnte in besetzten Häusern und besuchte unfreiwillig alle zwei Tage die Polizeiwache. Der Grund dafür, die regelmäßigen Vermisstenanzeigen meiner Mutter. Ich habe super früh angefangen zu rebellieren. Es lag daran, dass ich einen Stiefvater hatte, der mich abgelehnt hat, der nichts von mir wissen wollte. Also mein Bruder hat die Zuckerstücken vierkig in den Hintern gepustet bekommen und ich war die Stieftochter. Meinen leiblichen Vater kenne ich nicht. Ich habe also überhaupt keine Referenzerfahrung, was es bedeutet, einen Vater zu haben, also einen wirklichen Vater zu haben. Und mein Lebensmotto schon mit zwölf Jahren war, ich mache prinzipiell erst mal genau das Gegenteil von dem, was erwartet wird. Also mir war es wirklich egal. Ich habe gegen alles, gegen jede einzelne Person rebelliert. Für mich war es wichtig gewesen, prinzipiell erst mal eine Grenze zu setzen. Also es war wichtig, wirklich wichtig. Mir darf keiner was sagen, jeder, der was gesagt hat, hat ein paar... Dem habe ich wehgetan. Ich habe Menschen zusammengeschlagen, ich habe geklaut, ich habe die eine oder andere gefährliche Körperverletzung gesammelt und fand das super cool. Also ich war innerlich tot, mir war es egal. Also mir war es wirklich egal. Und ich wollte dazugehören. Also ich wollte wenigstens irgendwo Anerkennung bekommen, die ich dann in meiner Clique bekommen habe. Was für mich, ja, was für mich wenigstens irgendeine Bestätigung, wenigstens irgendeinen Lebensberechtigungsschein zu bekommen. Also wenigstens da, ja, das Gefühl zu bekommen, es ist in Ordnung, dass du da bist. Weil ich mir ganz auf die Frage gestellt habe, okay, für was bin ich eigentlich auf dieser behämmerten Welt? Also mich will doch eh niemand haben, ja. Die Frage begleitete mich dann mein ganzes, ja, mein ganzes junges Leben. Ich war in einer geschlossenen Anstalt für Kinder. Das Jugendamt entschied dann, dass ich nach Spanien ziehen soll. Das war ein Jugendausnahmsprojekt für kriminelle Jugendliche, die weit weg von zu Hause wieder normal werden sollten. Also wirklich normal. Ich habe da sieben Monate gelebt, bin dann nach Deutschland wieder zurückgekommen und habe in einer Wohngemeinschaft gewohnt. Und habe, ja, dann auch, bin dann auf die gerade Bahn wieder gekommen. Aber mein Abi gemacht, bin regelmäßig zur Schule gegangen, bin nachts Kellnern gegangen. Und das war so im Großen und Ganzen meine leere Kindheit. Der Grund, warum ich dir das erzähle, ist zum einen, weil ich mir vorstellen kann, weil ich weiß, weil ich diese mitbekommen habe. Und was es bedeutet, zum einen voll abgelehnt zu werden. Und zwar einfach, ja, du bist halt da, es ist schön, dass du da bist, aber eigentlich interessierst du mich auch überhaupt nicht. Ich kann das wirklich nachvollziehen. Und ich habe, ja, mein Leben lang, ich habe gesucht, ich habe, ich wollte eigentlich nur irgendwo dazugehören. Und ich wollte eigentlich, dass nur irgendjemand sagt, okay, Christine, du bist gewollt, es ist in Ordnung. Ich, ja, irgendwann durfte ich dann mein Leben in Jesus Hände geben und viel abgefahren. Und ganz am Anfang habe ich gesagt, dass ich nie einen Vater hatte. Und jetzt sagt Gott zu mir, übrigens, ich bin dein Vater. Gott hat mich dann Stück für Stück in sein Wort reingeführt. Ich weiß, es klingt abgefahren, aber ich habe angefangen, in der Bibel zu lesen, habe geguckt, okay, was steht denn da drin? Und ich musste mich mit der Frage auseinandersetzen, warum stehen denn da Grenzen dran? Also warum setzt denn jemand Grenzen? Und ich durfte verstehen, dass die ja eigentlich, also Gott hat sich das dann ja ausgedacht, so, jetzt werden wir die mal so richtig ein paar Grenzen. Und das dürfen sie nicht und das dürfen sie nicht und das dürfen sie nicht. Sondern wir müssen damit beschützen. Ich durfte lernen, Gott zu vertrauen und Gott als Vater anzunehmen. Ich kann nur jedem sagen, wenn du auf der Suche bist, wenn dein Herz so völlig zu ist und du sagst, okay, es reicht. Dann kann ich dich ermutigen und sagen, okay, also Gott liebt dich wirklich. Es klingt ein bisschen abgefahren, ich weiß, aber es ist wirklich so, ich habe es ausprobiert und kann dich dann nur ermutigen, einfach weiter zu suchen, wenn du suchen solltest.